Hallo miteinander, herzlich willkommen zum ZFF Daily. Heute mit Schweizer Filmemacherin und Regisseurin, Schweizerisch-Türkisch, Esen Issig. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Schön bist du bei uns. Das ist dein erster Spielfilm. Du hast einiges an Kurzfilmen und Dokumentarfilmen gedreht in deiner Karriere. Wie lief dieser Change? Kurzfilme finde ich eigentlich schwieriger, weil ich in einer kurzen Zeit das Ziel erreiche. Ich schreibe meine Drehbücher selber, von dem her eigentlich schon von Anfang her weiss ich, welche Richtung ich gehen will und welches Thema. Und es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, Kurzfilme und Kinofilme, jeder hat so Schwierigkeiten. Wo holst du dir deine Inspirationen generell für deine Filme? Wenn du schreibst, kommen die einfach oder gehst du da irgendwie an einen spezifischen Ort und findest dich? Also bei dem Köpek jetzt, es war eine Künstlerin, Pippa Batka, die wurde 2008 in der Türkei ermordet, vergewaltigt und getötet. Und das war ein Auflöser für mich, dieses Drehbuch zu schreiben. Also sie ist italienische Künstlerin, sie hat so eine Performance mit, also zwei Freundinnen waren unterwegs, von Italien nach Jerusalem. Sie hat ein Brautkleid angehabt und sie wollte eigentlich für die Weltfrieden werben. Also es ist und das hat mich extrem emotional mitgenommen und es war wirklich Auflöser für mich, dieses Drehbuch zu schreiben. Das Ergebnis, nach viel, viel langer Arbeit, nehme ich an, wird nun eben gezeigt. Kannst du uns ein bisschen über den Film erzählen, über die Highlights von Köpek? Es ist Episodengeschichte, ich habe drei Figuren. Es ist ein Drama, die Figuren haben nicht miteinander zu tun und die kreuzen sich in der Stadt normal. Es ist ein Junge, der arbeitet auf der Straße, verkauft Taschentücher und verdient damit Geld für die Familie. Und er hat sich in ein Mädchen verliebt, die im reichen Quartier wohnt und er möchte sie ansprechen, er möchte ihr Herz erobern. Und zweite Geschichte ist eine Frau, die ist verheiratet, hat ein Kind und lebt mit ihrem gewalttätigen Mann. Und der kontrolliert sie und sie darf nicht mal ohne seine Erlaubnis aus dem Haus gehen. Und an dem Tag bekommt sie einen Anruf, ihre erste Liebe ist in der Stadt und möchte sie unbedingt sprechen. Und die dritte Geschichte ist von Ebru, sie ist eine Transsexuelle, eine junge, hübsche Frau. Und sie hat Sehnsucht nach Liebe, also sie hat so eine Beziehung mit einem Apotheker gehabt, so heimlich. Er möchte sie nicht mehr, so kurz gefasst eigentlich. Und dem Thema geht es eigentlich um Gewalt. Ich habe Figuren, die sind symbolische Figuren, die unter der sozialpolitischen Lage der Türkei leiden. Also das ist Chancengleichheit, Gewalt an Frauen und auch Homosexualität. Bist du auch viel in der Türkei, also kriegst du diese Probleme auch noch mit? Erster Hand oder durch Familie oder wie kriegst du da diese Situation mit? Also ich bin immer wieder in der Türkei, aber wenn man interessiert ist für die Welt, es ist eigentlich, wir sind dann wie Zeuge, wir bekommen mit. Und ich arbeite noch neben dem Film in einem Frauenhaus und Beratungsstelle. Von dem her ist eigentlich Gewalt an Frauen ist für mich immer ein Thema gewesen. Ich habe das auch meine Kurzfilme, das thematisiert immer wieder. Du arbeitest in der Schweiz? In der Schweiz, ja. Also ich bin kein Aktivist in dem Sinn, aber ich bin ein politischer Mensch und ich bin sehr interessiert natürlich auch für die Türkei. Was für eine Aussage vielleicht möchtest du machen mit dem Film oder erhoffst du dir vielleicht auch eine Reaktion? Ich hatte kein Ziel, auch im Drehbuch zu schreiben. Ich möchte dieses Ziel haben. Es geht darum eigentlich aufmerksam zu machen. Also ich habe, in der Geschichte ist so ein Dreieck, Opfer, Täter und Zeugen. Dieser Zusammenhang, wie funktioniert das? Zuschauer sollen eigentlich Zeuge sein und sie sollen beobachten, nicht mehr und mitfühlen. Also es geht nicht darum, dass ich einen Unterricht teile. Darum geht es nicht. Es ist wirklich um die Situation aufmerksam zu machen. Für viele, die jetzt auch in der Schweiz zuschauen, interessant zu wissen, was vielleicht Unterschiede sind, wenn man in der Schweiz dreht oder man in der Türkei dreht. Reden wir ein bisschen über den Dreh. Gab es da Schwierigkeiten, auch weil du gewisse Topics ansprichst, die vielleicht sensitiver sind? Sehr große. Also erstens natürlich, dieses Projekt ist von der Schweiz finanziert. Das heißt, ich bin mit meinem Geld hingegangen und gedreht. Das war okay. Und das Problem in der Türkei ist eigentlich so, wenn man ein sozialpolitisches Thema behandelt, dann ist es viele Türen geschlossen. Und es hat sich in letzter Zeit noch mehr zugespitzt, auch durch die konservativen Regierungen sozusagen. Und Drehbewilligungen ist nicht einfach zu holen. Es ist auch teuer. Es ist nicht einfach gewesen, aber vor allem, wenn man mit einem sehr großen Budget hingeht. Aber ich hatte ein gutes Team. Ich habe super Schauspieler gekriegt. Ich bin zufrieden. Ich glaube, du kannst definitiv zufrieden sein mit einem wunderschönen Film, einem sehr emotionalen Film, den ihr hoffentlich bald sehen werdet. Wie gesagt, 1.10. hier am Zürich Film Festival und dann sicherlich im Anschluss auch an verschiedenen Orten. Ich danke dir herzlich, dass du bei uns warst und ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank.